Eine neue Windel steht vor der Türe, es ist die Try Again Diapers von Pretend Again. Es handelt sich um einen Neueinsteiger, was wir in letzter Zeit öfter sehen, Unternehmen, die zwar aus dem ABDL-Bereich stammen, aber bisher nur in einer bestimmten Nische tätig waren, beispielsweise bei Kleidung oder Windelnausstoff. Sie expandieren in den Markt von Einwegwindeln, der wohl größte in der gesamten ABDL-Szene, laut Umfragen auf meinem Kanal bevorzugen viele diese Windeln. Und sie werden natürlich öfter gekauft, als Kleidung oder Mehrwegwindeln, die man ja viele Jahre benutzen kann, bevor sie ausgetauscht werden müssen. Pretend Again beschreibt sich selbst als Unternehmen, das von ABDL und Menschen, die tierische Kostüme mögen, gegründet wurde. Sie haben sich auf Produkte konzentriert, mit denen sich andere ABDL wiedererkennen können. Das bekannteste Beispiel dafür sind wohl die Peak-Abu-Mützen, für Außenstehende wirken sie vielleicht etwas kindisch, aber es ist kein direkter Bezug zu ABDL erkennbar. Wir wissen natürlich, dass es nicht irgendein Maskottchen ist, sondern das einer der bekanntesten Windelmarken. Pretend Again steigt frisch in den kompletten Windelmarkt ein, auf ihrer Webseite heißt es noch, dass sie keine Windeln anbieten und verweisen auf die zahlreichen anderen Unternehmen. Sie möchten sich um andere Bedürfnisse kümmern, wie eben Kleidung, Bodys und andere Artikel rund um ABDL, die man im Alltag benutzen können soll. Das Unternehmen stammt aus dem pazifischen Nordwesten der USA. Das Twitter-Konto wurde 2018 angelegt, der erste Beitrag im Blog auf ihrer Webseite 2020 geschrieben. Was ist zur Try Again Diapers bisher bekannt? Sie sollen 7500ml Saugleistung bieten und ein Außenmaterial aus Plottik haben. Den Begriff höre ich zum ersten Mal und er wird nicht erklärt. Klingt wie eine neue Oberfläche, die vielleicht eine Folie aus Plastik ist, die sich wie etwas zwischen Karten und Folie anfühlt. Ich kann mir darunter wenig vorstellen. Im Sternchen steht am Ende des Artikels, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt mehr erzählen möchten. Zum Start im September werden die Größen M und L verfügbar sein. Die größere XL ist aber nicht gestrichen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Zusätzlich gibt es noch ein Bild im Comic-Stil, das neben einer Windel am unteren Rand wohl auch die Motive zeigt. Ob diese im Wechsel auf der Vorderseite aufgedruckt werden oder in einem einheitlichen Design hinten, ist offiziell bisher nicht bekannt. Der Hersteller möchte sie in den USA verkaufen. Ob die Windeln auch in Europa erscheinen oder möglicherweise nur über Händler importiert werden, wissen wir nicht. Mehr offizielle Informationen gibt es bisher leider noch nicht. Allerdings kursieren im Web inoffizielle Bilder, die anscheinend geleakt wurden. Woher genau, lässt sich nicht zurückverfolgen. Es handelt sich erstmals um echte Bilder, also keine Comic-Zeichnungen, wie sie im Blogartikel gezeigt wurden. Sie zeigen die Vorderseiten von fünf Windeln und man kann erkennen, dass die Motive auf der Klebefläche vorne wechseln, sodass nicht alle Windeln gleich bedruckt sind. Die Windel oben rechts zeigt die Rückseite. Auf einem weiteren Bild kann man die rechte Windel in der Mitte aufgeklappt sehen. Der komplette mittlere Bereich wurde mit Sternen bedruckt, hinten am Po sind jeweils drei der Maskottchen zu sehen. Ob diese Bilder echt sind und die finale Windel zeigen oder möglicherweise einen älteren Entwurf, lässt sich leider nicht herausfinden. Vergleicht man die Motive mit dem Bild aus dem offiziellen Blockeintrag, wirken sie anhand mehrerer Merkmale authentisch. Die Maskottchen wirken nicht eins zu eins gleich, jedoch recht ähnlich. Und auch das gesamte Design sieht vergleichbar aus mit dem Grün, den Mustern an den Seiten und den Sternen. Ähnliche Bilder wurden zudem auf der Handelsplattform Karussell gezeigt. Das Angebot dort wurde jedoch während der Recherche für dieses Video entfernt, bevor ich einen Screenshot gemacht habe. Daher kann ich es euch nicht mehr zeigen. Ein offizielles Angebot wird das aber ohnehin nicht gewesen sein. Vielleicht war es ein Mitarbeiter, der die Windeln teuer verkaufen wollte, noch bevor sie offiziell erhältlich sind. All das sind nur Vermutungen, was auch daran liegt, dass wir vieles noch nicht offiziell wissen. Für die Windel wurde sogar eine eigene Webseite eingerichtet. Sie enthält bisher aber noch keine Infos, man kann sich dort nur für einen Newsletter eintragen. Sobald sie Ende September erscheint, wird man per E-Mail informiert. Wie viel sie kosten soll, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Ich finde diese Windel dennoch spannend, vor allem das neue Außenmaterial. Bisher haben wir Großteils Folie und ein Paar mit Karten. Es gibt noch verschiedene Folien, die sich mehr oder weniger weich anfühlen und dicker bzw. dünner sind. Ansonsten gibt es nur diese zwei Seiten. Was die TRY-Gangs vorhat, könnte etwas Neues werden. Was haltet ihr davon? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn die Windel in Europa erhältlich ist, werde ich auch einen Praxistest machen. Mit einem kostenfreien Abo verpasst ihr den nicht. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.